Ein herzliches Mädelalter an euch. Hier sehen sie schon die Burgmauern. Wow, 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 ist das wunderschön, man. Da kriege ich schon richtig Bock auf den Mittelalter mal. Laut diversen Informationen aus dem Internet befindet er sich hier um die Ecke, beim Storchenturm. Ich würde sagen, gehen wir dorthin und checken aus, was abgeht. Und da haben wir schon die große Wiese, auf der das bunte Treiben lauert. Ihr könnt jetzt nicht so viel hören. Ich will euch nicht zu lange auf die Schollfolter spannen. Ich sage 3, 2, 1. Ja, ist gar nichts. Das war schon vor einer Dreiviertelstunde hier. Ich habe den Mittelaltermarkt gesucht und nicht gefunden. Ihr könnt ja mal gucken. Vielleicht habe ich ihn einfach noch nicht gesehen. Aber es scheint, so etwas hätten viele, viele Leute diesen Markt auch bisher noch nicht gesehen. Sieht schwierig aus. Hallo, ist hier jemand? Darf ich mal euer Schwert in die Hand nehmen? Gar nichts? Das muss sehr kurzfristig abgesagt worden sein, weil vor ein paar Tagen war das noch aktuell. Release wurde verschoben. So schlimm, ne? Du musst den Questgeber finden. Danach wird das Gebiet freigeschaltet. Ach so. Neuladen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht auf einem falschen Server bin. So, wir machen einfach mal ein paar Sidequests jetzt, so zum XP-Farm, ein bisschen zum Leveln. Und dann wird das schon, so. Touristen-Info? Wie? Touristen-Info hat auf? Ich habe eine kleine Frage. Ich bin hier eigentlich gewesen für diesen Mittelaltermarkt. Aber der wurde ja abgesagt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Kann man hier irgendwo irgendwas sehen in der Gegend alternativ, wenn man jetzt schon hier ist, zu Fuß? Ja, ja, okay. Cool. Ja, 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 ja. Ja, ja, das ist interessant. Ja, ja, bin ich gut. Okay, okay, cool. Okay, ja, cool. Wir müssen die Einsiedlerhütte in Bindlers Weltle finden und nach dem Einsiedler schauen. Was genau das bedeutet, ob er uns angreifen wird oder nicht. Ich bin gespannt. Ich meine, jetzt kriege ich hier viele neue Sidequests, die sagen, ja, hol den Haltrank, hol den Schwert. Für mich sagt das schon Gefahr aus. Jetzt habe ich aber allerdings das Gefühl, dass ich mich verlaufen habe. Ach, sch***. Egal. Hey, entschuldige. Brauchst du dieses Schwert noch? Ich kann das haben. Danke. Was soll ich denn mit einem Stock? Ich würde ja keinen Stock mitnehmen, um gegen den Einsiedler zu kämpfen. Das? Das ist... Jetzt wird mal nicht albern. Das ist ein Steinfosten. Oh, what the f***. Deine nächste Quest ist, du sollst eine Kuda in Stier reiten. Alles klar. Ich nehme diese Quest an. Zumindest haben wir jetzt den Weg gefunden und es ist nicht mehr weit bis zum Einsiedler. Was haben wir hier? Nichts. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Minus 5 Schadenspunkte. Ich fühle mich immer besser gegen den Einsiedler gewappnet. Nun ist die Frage, ob das schon die Einsiedlerhütte ist, ne? Aber ich glaube nicht. Irgendwie scheine ich... Irgendwie scheine ich den Weg nicht gefunden zu haben. Aber von hier kommen wir vielleicht in den Wald hinein. Die Ausdauer schwindet langsam. Ich brauche eine kleine Verschnaufpause. Echt, Ausdauer muss nicht mehr leveln. Kann man einer Open World beitreten? Naja, das ist halt ein öffentlicher Server, ne? Da kommt jeder rein. Du musst halt den richtigen Code finden irgendwie. Aber der ist halt öffentlich. Findest du auf der offiziellen Webseite, ne? Da kommt eigentlich jeder easy hin. Geschlossene Bierflasche. Halter bis 2020. Schmeckt nach Maggi. Wer hier wohl gewohnt hat, hier ist noch so altes Seil. Hier scheint auch abgeschlossen zu sein. Die Fenster, die sind zugenagelt. Das war ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber das geht nicht auf. Hier sind so alte Sachen. Alte Gläser, irgendwas. Viele alkoholische Getränke. Schuhe. Alles schon ausgelootet. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Wieder abgeschlossen. Niemand hat was gesehen. Die wurden entdeckt. Deswegen war ich nicht mal ganz schnell vom Acker. Wir haben nach ihm geschaut. Quest bestanden, würde ich sagen, oder? Quest erfüllt, Questgeber. Herr Questgeber, habe ich die Quest erfüllt? Habe ich. Ich habe nach dem Einziger geschaut und der war nicht da. Leute, was war das so unglaublich. Und der Stream ist jetzt auch vorbei. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Mehr sogar. Eigentlich gar nicht. Ich habe nach dem Einziger geschaut. Neue SideQuest.